So meine Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von natürlich Battlefield 1C auf meinem wunderschönen Kanal. Wenn es heute lag, dann tut es mir gefälligst leid. Wir sind heute unterwegs. Wir sind hier in der Schweiz oder Österreich mit Deutschland. Wir sind in Deutschland stationiert. Und es sieht so aus, ob wir einen Kampf in den Bergen machen. Das ist mal geil. Den kann man benutzen? What the fuck? Weg hier. What the fuck? What the fuck? In jeden Fall haben wir es schon zwei mitgenommen. Nice Runde. Leider, so kann es doch beginnen. So freut mich das. Warum kommt das wieder? Denn es ist bald die Gamescom. Ja, Gamescom allerhand. Jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt hier locker hoch oder werden wir gleich wieder schossen? Wenn ja, dann werden wir uns was aussuchen. Einen anderen Spawnpunkt. Gamescom, Battlefields, laut meinen Erkenntnissen, leckt das natürlich wieder bei mir. Geil, mit dem Deck. Freut mich. Also, mein PC ist was leer. Gut, gereinigt habe ich nie. Gut, ich merke gerade, meine Maus ist raus. Meine Maus geht nicht. Meine Maus ist raus. Äh, was mache ich jetzt? Leute, meine Maus ist raus. Jetzt ist sie wieder da und leuchtet aber nicht. Alles klar, ich weiß nicht, was hier abgeht. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Äh, Leute. Kann ich mal mit jemandem schießen? Jo, dankeschön. Das geht jetzt, geht meine Maus jetzt. Jo, also war es wahrscheinlich ein kleiner Bug, den, äh, hoffentlich jetzt langsam behoben wurde. Ich hoffe es mal. Guck mal, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Alles klar. So, worauf ich hinaus wollte. Battlefield V ist im Anmarsch. Ei, 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 ei. Nein, Battlefield V. Ja, Battlefield V war es. Oh ja. Komm, wir sind Bomber. Abzubeten, da weiß ich, dass sind die Leute unterwegs. Okay. Und ich bin raus. Oh lala, oh lala, oh lala. Ja, genau. Damit habe ich jetzt auch fast gerechnet. Ich trink wieder mein Bierchen. Zu wenig, das ist noch, ne? Wir haben ja unsere, äh, Panzerbüchse. Oh, hat sie verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, da war einer. Juhu, alles klar. Ich werde mal eine Sache machen. Die habe ich bisher noch nie gemacht. Doch, ein paar Mal habe ich das schon gemacht. Ich werde mein Handy aus, äh, Telefon ausschalten. Falls ich da mal einen Anruf bekomme. Gebt mir keiner auf den Keks. So. Es gibt sogar Panzer. So. Ähm. Wir gehen. Versorger. Hoffen, dass wir hier mit meinem Versorger ein paar Leute mehr treffen. Nach dem schwierigen Anfang, den wir hatten. Ei, jo. Jo, alles klar, alles klar, alles klar. Warum konnte ich meinen Kopf nicht bewegen? Da wurde ich angeschrieben, über... Dienst. Ist mir aber gerade relativ egal. Ich bin gerade in der Runde. Deswegen tut mir leid für alle, die jetzt gerade hier... Wir haben auch einen Mörser dabei. Das... What the fuck? Alles klar. Ja. Warum auch nicht? Haben wir mal mit einem Schaufsch... Komm, wir gehen mal mit einem Speer rein. Okay. Jo, da war meine Morskutzei wieder raus Leckt mich doch im Arsch Also Speer bin ich nicht gut Jetzt geht aber meine KT wieder runter Das wäre dann auch gedacht, dass die überhaupt mal hoch geht Ach ja Wir verlieren Einsatzziel Bertha Schön konzentrieren Jo, ne Feldgrau Äh, in Feldgrau So, ne SMG So, Schnellmaschinengewehr Jo, mein Achso, ich kann nicht überspringen, oder? Doch, eigentlich müsste es doch gehen Ja, klar So Also, irgendwas stimmt bei meinem PC nicht Gut, da war ein Flugzeug Such die Scheiße Mann, leckt mich doch meine hässlichen Arschloch Hier, ich drücke Ihr hört's Geht nicht Äh Hm Panzer Meint was, wo ich gerne mitmache So kann man auch ein bisschen entspannter sein In dem ganzen Game Auch wenn unsere rechte Seite überhaupt nicht geschützt ist Jetzt aber Oder hinten Hm Da hinten entschießen Also, ihr seht's anhand der Maus Wie es rumspackt Und ich habe noch keine Lösung dafür Oh, guck mal Ob wir vielleicht Oh, jetzt hat's grad wieder gelegt Nice Das hört man auch gerne Oh, da ist einer tot Wollen wir rausgehen oder wollen wir weiterschießen? Wollen wir rausgehen oder wollen wir weiterschießen? Einsatzziel Cäsar verloren Wir gehen raus Wir dürfen nicht raus Nice Anscheinend dürfen wir nicht raus Ich bin hier Oh, jetzt Ja, jetzt wo ich nie raus wollte Komm ich raus Oi Ich komm mit, Junge Oh, fuck Schwer, schwer, schwer Wollen wir mal lange nicht mehr gespielt hat Also, wir haben Also, lange nicht mehr Wirklich lange nicht mehr Wir haben Einsatzziel Werther erobert Und das mit der Maus ist ja auch keine Ausrede Das seht ihr ja Dass es irgendwelche Probleme macht Und ich weiß echt nicht warum Wir haben Einsatzziel David verloren Ja, verbrannt Nee, Gas Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet So Die Bunker mussten schon damals extrem viel aushalten Kein Wunder ist heutzutage auch noch Welche gegeben, die dastehen Ja Wieder Bug Ich bin zwar drüber gelaufen Aber nicht explodiert Das gefällt mir auch In der Nähe deiner Position Ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar Ich hab die Kits Hab ich noch nie benutzt So, bei mir ist grad wieder ein Ohr Äh, kaputt In Kopfhörer-Ohr Der ist aber auch gut Ui, jo Genau Maus geht nicht Nice Das hängt sich aus irgendeinem Grund Hängt sich das immer wieder auf Kein Wunder, dass ich so scheiße spiele Das gehört auch wieder So Wir haben Einsatzziel Emil erobert Ja Lebt der noch Ich krieg den Leidner beschädigt, mehr kann ich mit dem nicht anfangen Oh, da hinten ist nur ein Panzer Oder der war mal ein Panzer Okay, das war nicht geplant Müssen wir auch andere Granaten oder sowas mitnehmen Wir haben eine Brandgranate mit Improvisierte Granate Ne, wir nehmen den Panzer Und hier nehmen wir eine Panzerabwehrgranate Wir haben Einsatzziel David erobert Alles klar, liegt überhaupt nicht Alles klar Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert Jo Alles klar Jo Weiter geht's Jo, 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 jo Zu spät gesehen Oh, schnell ist Born Da können wir Können wir, können wir, können wir bei Dings dann Wir sind ja da erst ein Panzer Können wir mit der Panzer Ich kann nichts rücken Oh Ja, geil Cäsar haben wir verloren Ich liebe es Also eine Hilfe bin ich sowieso nie gewesen Aber jetzt eine Hilfe zu sein Das ist noch schwieriger Was vorher Alles klar, alles klar, alles klar Boah, waren sogar zwei Zu spät gesehen Als hätte ich noch eine Granate schlägen geworfen Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Leck mich doch am Arsch Ich bin doch der einzige Part sein, den ich heute aufnehme Weil mich das ankotzt hier mit dem Problem Perfekt der hässliche Fatsenkuh Alles klar, Junge Und ich bin raus Ja Besser als ein Tod von Dings zu sterben Lass mich gerade denn da Wer ist losgegangen Wir gewinnen Wir gewinnen Ja, alles klar Jetzt kommt das Luft Jawohl Ja, genau Alles klar So So Ach Da ist es Ich bin verzweifelt Lügens Mädels Äh Ja komm Dann nehmen wir uns jetzt hin Und werden noch ein paar Mal hier drausschießen Dann sind wir eh tot Äh, vorbei Ich treffe Ne, die Runde ist nicht vorbei Hier, ich komm nicht raus Freue ich mich auf die Gamescom Das wird so entspannt Ne, die gleiche Voraussetzung Das war, das war, das war die Runde Ich komm hier nicht raus Hier funktioniert grad gar nichts Leute, ich hoffe ich kann den Part irgendwie beenden Und wird sagen Jetzt Sieg Nice Schön neue Map Ich würde mal sagen Das war's mit dem Part Wenn ich mich mehr gefallen Sehen wollte In der ersten Laune Wenn ich in der ersten Laune Wenn ich in der ersten Laune bin Dann bin ich in der ersten Laune Dann bin ich in der ersten Laune Dann bin ich in der ersten Laune